ja halli hallo liebe individualisten und herzlich willkommen in dem video möchte ich euch die ausrüstung zeigen die ich auf meiner kleinen overnight tour gemeinsam mit dem tiroler dabei haben werde ich bin jetzt noch vor der abreise das heißt das video ist etwas zeitverzögert bis ihr das seht aber ich möchte euch natürlich zuerst die tour zeigen bevor ich euch die ausrüstung dazu zeigt ja dementsprechend schalte ich jetzt mal um und zeige euch mal die ausrüstung was ich so mit gehabt habe ich habe das mal alles da bei mir auf meinem bett ausgebreitet was ich so an ausrüstung mitnehmen wäre werde dann von rechts nach links durchgehen ganz links sind so da vorne dann auch die sachen die ich jetzt nicht unbedingt für die tour brauchen würde aber für euch damit ich euch alles dann zeigen kann aber fangen wir jetzt erst mal rechts an so wir haben hier meinen rucksack der eigentlich auf all meinen touren dabei ist von expert ist ein sehr einfach gehaltener rucksack mit einem sehr einfachen tragesystem eine geformte rückenschale und zwei dünne aluminium stangen für die formung ansonsten noch eine deckeltasche ansonsten keine zusätzlichen mausentaschen alles andere ist nur in einem großen fach das ist für mich aber auch richtig das passt funktioniert für mich dann haben wir natürlich meine trinkflasche meine edelstahl trinkflasche gemeinsam mit dem topf ständer wo ich dann unten meinen trangia mini reinstellen kann diese beiden passen dann auch hier in diese flaschentasche die kennt ihr ja eigentlich auch schon aus meinen ganzen videos das ist so meine basis ausrüstung hier natürlich noch meine beiden messer mein victorinox und auch mein tauchermesser das ich auch mitnehmen das ist einfach so dass das arbeitsmesser für die gröberen sachen dann natürlich topf mit deckel mein trangia mini so wie üblich ich habe noch hier eine kleine zitronella kerze mit einerseits um die gelsen am abend zu vertreiben andererseits vielleicht auch um einfach ein bisschen gemütliches licht zu haben meine tasse für tee etc etwas zusätzlichen spiritus der kocher ist voll gefüllt aber noch hier etwas spiritus ist noch mal etwas mehr als eine komplette trangia füllung zudem werde ich euch noch ein eigenes video machen das ist nämlich ein neues schätzchen was ich in meinem ja in meiner ausrüstung habe ist ein hobo kocher aus edelstahl den werde ich euch dann aber in einem separaten video noch etwas näher vorstellen dann geht es weiter mit der persönlichen ausrüstung das heißt das große erste hilfe set das muss natürlich immer mit dabei sein kommt in den rucksack noch etwas kinesio tape falls ja mein knie mal wieder etwas launen macht ein kleines erste hilfe set für die hosentasche seitlich für die beintasche dann haben wir regenschutz ist ein poncho den ihr zum beispiel von meinem video auf der auf die kindhaler hütte hinauf die weichtal schlucht dort hatte ich den in verwendung zusätzlich noch ein regenschutz für den rucksack dann wasserversorgung mein soja squeeze mini mit der spritze zum rückspülen wird zwar wahrscheinlich nicht erforderlich sein aber vorsichtshalber nehme ich sie mit dann noch zusätzlich der wasserbeutel für den soja squeeze und hier noch zahnbürste und zahnpasta zum zähneputzen am abend und in der früh und hier haben wir noch etwas paracord sind circa fünf meter schadet nie wenn man das mit hat dann geht es weiter für den abend beziehungsweise auch zum schlafen ein pullover einfach als zusätzliche wärmeschicht es wird jetzt nämlich schon ziemlich empfindlich kalt in den nächten bei uns dementsprechend noch etwas zusätzlich wärme isolation mit dazu meine neue stirnlampe meine led lensa x eu 19r auch dazu gibt es ein eigenes video das akku back dazu und meine bewährte m30 triton die mir schon viele gute dienste geleistet hat auf diversen nacht caches und auch diversen camps wo ich schon so unterwegs war natürlich mit frisch genadernen batterien noch eine notlampe das ist so das allerletzte not backup eine zweite vergleichbare ist dann auch nochmal im großen erste hilfeseit mit drinnen dann kommen wir auch schon zur schlaf ausrüstung mein großer schlafsack der karinthia defense 4 ich denke den brauche ich nicht näher vorstellen der dürfte allen von euch die sich mit dem thema übernachten draußen beschäftigen ein begriff sein ist eigentlich der standard schlafsack glaube ich den die meisten irgendwo im schrank zumindest haben und kennen dann meine hängematte mit tarp mit ganzen aufhängersystem sechs herringen fürs tarp und so weiter sehr leicht auch sehr kompakt sehr leicht auch sehr kompakt meine isomatte für die hängematte dann noch mal etwas persönliches zeug ein paar taschentücher nachdem ich mir letzte woche eine ziemlich böse verkühlung angefangen habe und das schnupfen noch nicht ganz weg ist etwas toilettenpapier was man halt so für den persönlichen bedarf ein bisschen braucht und der rest ist jetzt eigentlich nur mehr für euch tatsächlich weil jetzt kommen wir zu meiner foto und video ausrüstung ich habe hier mal mein privathandy das sony xperia z3 plus das ich für sehr viele meiner aufnahmen verwende jetzt gerade verwende ich zwar mein firmen handy aber das kommt mit das firmen handy bleibt zu hause natürlich mein mini stativ für die gopro ich habe hier dann noch die gopro hero hd 2 mein ansteck mikrofon das kleine kondensatormikrofon von sony dass man direkt ans smartphone anstecken kann mal schauen ob er das scharf stellt hier ja nicht ist auf jeden fall hat direkt einen handyanschluss den man auch am smartphone hat dementsprechend kann man das direkt gleich verwenden gut dann natürlich ersatzbatterien ersatzakkus für die gopro und für meine spiegelreflexkamera ersatz speicherkarten und ersatzbatterien für die starttaschen abdm 30 ein akku pack mit 12.000 mAh falls doch das handy mehr strom braucht als ich erwarte und zu guter letzt noch meine spiegelreflexkamera die canon eos 5d mark 2 mit dem 28 bis 300 mm universal zoom von tamron und die 50 mm 1.4 von canon das ist die lichtwaffe das lichtstarke objektiv dann für die abend- und nachtsszenen im lager und eventuell auch für den lost place und zu guter letzt noch mein sirui stativ dreibein mit dem jobe kugelkopf auf den kann ich dann sowohl meine spiegelreflexkamera als auch das handy mit einem adapter montieren den ich dann euch nochmal separat auch vielleicht irgendwann mal zeigen werde ist jetzt bei dieser ausrüstung hier nicht dabei ja leute das war im großen und ganzen jetzt meine ausrüstung die ich auf dieser tour mit dabei haben werde ich hoffe ich habe nichts wichtiges für mich vergessen wenn ja werde ich mich später ärgern aber dann ist es halt so ansonsten wünsche ich euch ja viel spaß ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe es war hilfreich und hat euch was gebracht dieses video und vielleicht wäre ich dann auch den einen oder anderen gegenstand aus meiner ausrüstung noch mal in einem eigenen video noch mal genauer vorstellen ansonsten passt das für dieses video und ich wünsche euch jetzt alles gute viel spaß auf euren touren schaut das rauskommt bis zum nächsten mal euer chris bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.